Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. In der Champions League sorgt ein Klub für Furore. Der FC Scherif Tiraspol. Das ist ein kleiner Underdog, der Top-Klubs im Bein stellt. Real Madrid hat das zu spüren bekommen. Der 2-1-Sieg war ne absolute Sensation. Auch Inter Mailand bekam das so seine Probleme. Es wirkt wie ein großes Fußballmärchen, ist aber in Wahrheit gar keins. Ich geh sogar noch mal einen Schritt weiter und sag, dem FC Tiraspol sollte man auf gar keinen Fall zujubeln. Wieso? Klären wir jetzt. Los geht's. Leute, wir sind auf der Road to 200k. Es wäre fantastisch, diese Marke bald mal zu knacken. Wenn ihr Bock auf Fußballanalysen habt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und am wichtigsten, zeigt dieses Video euren Freunden, damit auch sie wissen, was hinter diesem kleinen Verein so alles steckt. Ich kann euch sagen, das ist einiges. Der FC Scherif Tiraspol kommt aus nem Land, das es eigentlich gar nicht gibt. Transnistrien. Das ist ein kleiner Landstreifen in Osteuropa. Ca. 500.000 Menschen leben dort. Man wäre gerne ein unabhängiges Land, hat sogar ne eigene Regierung, ein eigenes Militär und ne eigene Währung. Aber völkerrechtlich gehört die Region zur Republik Moldau. Es ist ein sogenannter eingefrorener politischer Konflikt. Aber keine Sorge, darüber reden wir jetzt nicht. Wir konzentrieren uns erst mal aufs Sportliche. Der FC Tiraspol spielt in der Divisia Nacionala. Das ist die erste Liga in Moldau. Der Spitzname des Vereins ist die Wespen, weil die Farben gelb-schwarz sind, seht ihr ja auch hier. Die Liga wird dominiert. In den letzten 21 Jahren wurde der Klub 19 Mal Meister. Pure Langeweile herrscht dort. Tja, und das ist kein Zufall. Es gibt nämlich nen großen Investor, den Konzern Scherif. Deshalb heißt der für einen ja auch so ungewöhnlich. Scherif pumpt fleißig Geld rein. Und genau deshalb gibt's große Kritik. Ex-Sportminister Octavian Tiku meinte mal, Zitat, sie haben den Fußball in Moldau praktisch getötet. Ja, sein Vorwurf ist, dass es eben keinen fairen Wettbewerb gibt. Finanziell ist der FC Tiraspol wirklich Lichtjahre vor der Konkurrenz. Hier mal zum Vergleich. Scherif hat nen großen Sportkomplex gebaut. Ca. 200 Millionen Dollar soll er gekostet haben. Da gibt's ein topmodernes Stadion, in dem in der Champions League gespielt wird. Dazu gibt's noch ein Stadion mit Laufbahn außenrum. Und dann auch noch ne fette Halle, in der im Winter trainiert werden kann. Beziehungsweise zusätzlich noch acht Trainingsfelder draußen. Egal, wie das Wetter ist, es gibt in Tiraspol die besten Bedingungen. Die restlichen Klubs wiederum sind arm, sie haben kaum Geld zur Verfügung. Es gibt nur Mini-Stadien und heruntergekommene Trainingsplätze. Die Republik Moldau gilt als ärmstes Land in Europa. Die Armut ist riesig, und das sieht man natürlich auch im Sport. Von den Bedingungen wie bei Scherif können die anderen Vereine nur träumen. Klar, Gleiches gilt für die Gehälter. Es heißt, im Schnitt 13.000 Euro verdienten Spieler in Tiraspol im Monat. Deutlich mehr bei der nationalen Konkurrenz, die nur ein paar hundert Euro zahlen kann. Um's mal überspitzt darzustellen. Es wäre so, als ob der FC Bayern mit Amateur-Klubs in einer Liga spielen würde. Genau deshalb dominiert eben der FC-Scherif Tiraspol. Das zeigt auch die Bilanz aus der Vorsaison. 36 Ligaspiele gab's. 32 Mal konnten die Wespen gewinnen, meistens sogar sehr hoch. Sechs Mal ging das Spiel 6 zu 0 aus. Zweimal 7 zu 0 und einmal sogar 10 zu 0. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich hab mir da ein paar Spiele angesehen. Völlig ohne Gegenwehr wird die Konkurrenz abgefertigt. Also, der FC-Scherif Tiraspol ist mit weitem Abstand der größte Klub in Moldau. Blicken wir jetzt mal auf den Investor und woher das Geld so kommt. Der Konzern-Scherif hat in Transnistrien viel Macht und quasi ein Monopol aufgebaut. An jeder Ecke ist dieser Stern zu sehen. An Tankstellen, Supermärkten, Bäckereien. Man besitzt einen Mobilfunkanbieter, eine Bank, einen Fernsehsender und noch viel mehr. Wer in Tiraspol lebt, kommt an Scherif eigentlich nicht vorbei. Für etwa 60 Prozent des Bruttosozialprodukts sorgt der Konzern. Das ist ein brutaler Wert. Man kontrolliert effektiv die Wirtschaft. Der Mitgründer von Scherif ist Viktor Gushan. Er ist gleichzeitig auch der Präsident des Vereins. Früher war er ein Polizist und jetzt ist er Milliardär. Er gilt als dubioser Geschäftsmann, der sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückhält. Experten sagen, er sei mit krummen Dingen reich geworden. Anfang der 90er-Jahre nutzte er offenbar den Zerfall der Sowjetunion aus, um mit seinem Geschäft an den Start zu gehen. Dazu kommt ein US-Think-Tank kritisiert. In Transnistrien soll es wie im Wilden Westen zugehen. Ein Paradies für Kriminalität. Passend dazu hat der englische Guardian berichtet. Scherif soll auch Teil vom illegalen Waffenhandel sein. Vergangenen Dezember wurde zwei Zigaretten-Importunternehmen die Lizenz entzogen. Der Grund? Schmuggel. Der Konzern Scherif soll sehr eng mit diesen Firmen kooperiert haben. Immer wieder wird Scherif in Verbindung mit düsteren Geschäften genannt. Das wirkt nicht gerade seriös. Der Fußballverein wiederum gehört zu diesem Konstrukt. Präsident Viktor Gushan hat die volle Macht. Sein Traum war es, den FC Tiraspol in die Königsklasse zu führen. Das war ein langer und steiniger Weg. Der Fußball in der Republik Moldau ist relativ schlecht. Das könnt ihr euch ja denken. Klar, es ist ein kleines Land mit wenig Geld. Um die Ausbildung von einheimischen Spielern zu fördern, gab's in der Divisia Nacionala eine Regel. Mindestens vier Jungs aus Moldau mussten in der Startformation stehen. Da führte kein Weg dran vorbei. Der FC Scherif Tiraspol schaffte es zwar ein paar Mal in die Europa League, aber dort schied der Verein sang und klanglos aus. Klar, die Qualität im Kader war nicht gut genug, um international wirklich mithalten zu können. Das war Gushan offensichtlich ein Dorn im Auge. Er nutzte, so heißt es in den Medien, seinen Einfluss, um diese Regel abzuschaffen. Mit Erfolg. Seit 2019 dürfen unbegrenzt Ausländer eingesetzt werden. Der FC Tiraspol hat den Kader kräftig umgebaut, Spieler mit höherer Qualität verpflichtet. Und es zeigt sich jetzt, der Klub ist zum ersten Mal in der Champions League dabei und da auch noch sehr erfolgreich. Für die ausländischen Spieler lohnt sich so ein Wechsel. Sie können sich logischerweise jetzt auf großer Bühne präsentieren. Torhüter Georgios Athanasiadis aus Griechenland ist ein sicherer Rückhalt. Dank seiner Paraden war der Sieg gegen Real Madrid erst möglich. Später wurde er dann zum Man of the Match gewählt. Oder Sebastian Till im offensiven Mittelfeld ist aus Luxemburg gekommen. Er hat das wichtige Siegtor erzielt. Ein Hammer ins Kreuzeck, der wohl wichtigste Treffer seiner Karriere. Dazu hat er jetzt auch gegen Inter Mailand getroffen. Also, die Stützen im Kader kommen aus dem Ausland. Insgesamt 18 verschiedene Nationen sind im Kader erst multikulturell. Die Qualität ist dementsprechend jetzt deutlich besser. Die Verlierer dieser Regeländerung sind aber die einheimischen Spieler. Beim Duell gegen Real Madrid stand kein Spieler aus Moldau auf dem Platz. Weder als Stammspieler noch als Einwechselspieler. Das Problem daran ist, das schadet der Ausbildung von Talenten. Sie können sich nicht mit Weltstars messen und so dann auch besser werden. Aber hey, beim FC Scherif Tiraspol steht das nicht im Fokus. Man verfolgt anscheinend andere Ziele. Man will hohe Aufmerksamkeit, sich im Rampenlicht sonnen und genau das funktioniert. Am Anfang habe ich gesagt, dem FC Tiraspol sollte man auf gar keinen Fall zujubeln. Ein Grund dafür ist der Einfluss der Politik. Die Gefahr ist da, Sportswashing zu betreiben. Das heißt, man sorgt für Positivschlagzeilen, macht so Werbung für Transnistrien und poliert das eigene Image auf. Der Verein lenkt so von großen Problemen ab. Es gibt nämlich ne fette Schattenseite, über die dringend geredet werden muss. Massive Menschenrechtsverletzungen, willkürliche Verhaftungen, Verschleppung und sogar Folter. Das US-Außenministerium hat das berichtet. Dazu gibt's wohl politisch motivierte Gerichtsurteile, Diskriminierung von Minderheiten und Verstöße gegen die Meinungsfreiheit. Die Organisation Promolex kritisiert das. Die Liste an Kritikpunkten ist extrem lang. Jetzt könnte man natürlich sagen, mei, der Fußballverein FC Tiraspol hat damit ja erst mal nix zu tun. Aber so leicht ist es halt nicht. Der Konzern Scherif und die Politik arbeiten Hand in Hand. Es wirkt so, als sei der Verein der verlängerte Armen. Transnistrien hat ja sogar nen eigenen Präsidenten. Wadim Krosnowski. Er war früher Sicherheitschef bei Scherif. Man kennt sich, die Wege sind kurz. Im Parlament ist dazu die Partei Erneuerung an der Macht. So, und jetzt ratet mal, wer sie finanziert. Ja, richtig, der Konzern Scherif. Das zeigt, das Unternehmen kontrolliert das gesamte Land. Die Politik und die Wirtschaft. Der Verein ist Teil davon und das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Rein sportlich ist natürlich eine Sache total positiv. Der FC Tiraspol ist ein Sprungbrett. Relativ unbekannte Spieler können sich zeigen und vielleicht dann später bei einem größeren Klub landen. Adama Traoré ist Stürmer. Er schoss das allererste Tor für den Klub in der Champions League und so konnte er Geschichte schreiben. Oder Keston Julien. Er ist ein Linksverteidiger und kommt aus Trinidad und Tobago. Er kämpft sich durchs kalte Osteuropa, um seinen Traum vom Profifußball zu erfüllen. Generell sind viele Spieler aus Afrika da im Kader. Für sie ist es eine gute Sache, dass der FC Tiraspol in der Champions League spielt. Typischer Underdog-Fußball wird gezeigt. Wenig Ballbesitz, mit Kontern schnell vors gegnerische Tor kommen und so die Favoriten in Stolpern bringen. Vielleicht werden wir tatsächlich einige Spieler von Scherif in Zukunft dauerhaft im europäischen Fußball sehen. Die Chance ist definitiv da. So, auch dem Land könnte es helfen. Es gibt ja die Floskel, Fußball verbindet. Die Republik Moldau und Transnistrien sind zerstritten. Die Chance ist da, sich zumindest menschlich näher zu kommen. Immerhin tritt der FC Scherif Tiraspol für den gesamten Fußball in Moldau in der Champions League an. Man ist quasi der Repräsentant. Zum Thema Sowjetunion hab ich jetzt noch ein Video für euch, und zwar von MrWissen2goGeschichte. Da geht's um den Zerfall. Hier ist es verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich gut Kick, haut rein und ciao.